es ist nicht kaputt gegangen weil es nicht im Bild war oder was ist das denn für eine billige Kacke das Spiel ausnervt mich gerade so dermaßen ich liebe die Spiele eigentlich also beide Apes Exodus und Apes Odyssey aber es geht mir gerade so dermaßen auf die Nerven Nein scheiße, verkack ich das sogar, ja komm jetzt aber okay in aller Ruhe so jetzt aber einfach zu mir kommen Leute ok ok wunderbar du kommst mit ok ja super sauber ok jetzt alles in Ordnung soweit gut 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 ich glaube das war es jetzt hier und kommen wir hoffentlich auch wieder raus wenn nicht dann wäre das ziemlich kacke wir alle ah jetzt ist die Tür offen ey, das ist so das ist so doof, echt das ist so doof einfach nur, ja halt ich vermissen oh mein Gott ey Gott im Himmel gib mir Kraft ich helf oh Scheiße, wie krieg ich die denn da runter ohne dass die sterben kann man doch nicht so ohneweiter so runterfallen hab ich es jetzt etwa so verkackt ja, leg mich ja, leg mich ja, leg mich so, erstmal ein Tier äh hey dr comes Komm, gib Gas, Alter. Mach die Scheiße. Zähl jetzt weg. Jetzt muss ich mich selbst töten. Okay. Gut, 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 gut. Ja, sehr gut. Könnte ich das jetzt noch hin? Ich weiß es nicht. Ja, sehr schön. Ach so, was Böse. Wie, nein. Hallo? Ich will dich retten, Freund. Jetzt aber mitkommen. Hat er gerade, ah, ah, gesagt? Ja, 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 guck. Ja, ja, Nummer 1 sind zu lang, neun ist gerettet. Ey, ich brauch so lange, das ist so unglaublich. Das tut mir selbst im Herzen weh. So. Lass mal nochmal ein schönes Zimmer. Trotzdem machen wir die beiden Mudakons da oben Gedanken, ey. Oh fuck, wie ich das überhaupt hin? Aber ich glaube nicht, dass wir da einfach so runterlaufen können. Doch, scheinbar schon. Ah, ich bin wieder ganz runtergekommen. Ah, komm ey. Okay. Okay, da ist einer, da ist Nummer 2. Also eigentlich Nummer 3, weil einer hab ich ja schon gerettet. Sind da oben 5 und 6, denk ich. Kann das sein. Also einer müsste dann noch im dritten Vorstandsbüro sein. Das ist mal quick save. Okay, die haben, die überleben das. Das ist wunderbar. Oh, okay. Oh, ist das gut, ey. Gleich haben wir es dann doch geschafft. Zumindest zu lang 9. Kommt noch. Die anderen beiden Scheißdinger. Ja, ja, ja. Ja, ja. Das ist hier. Können sind da oben 2, hä? Dann hab ich mich irgendwie irgendwie verzählt. So. Quick save. Äh. Ja. 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 Komm her! Komm her! Mach dich wieder! Hast du wirklich mitkommen? Genau. Oh mein Gott. Achso, das ist schön. Du hast gefällt mir. Okay, okay. Dann wär ich auch nicht hochkomm. So. Lelelelelelelelele und nur noch die vier Stück zu retten. Das ist so schön. 240 Stück. Wir kommen unserem Ziel echt immer näher und das ist doch wunderbar. Oder etwa nicht? Ich find schon. Wenn ich jetzt dadurch gestorben wäre, dann hätte ich mir wahrscheinlich selbst in den Arsch gebissen. Ich hätte es dann auf Video aufgenommen und auf YouTube hochgeladen. Jetzt fallt er runter. Ja, danke. Und jetzt hier auch nochmal. Das sind aber so feige, die Mudakens. Fleischsägen laufen hier rein, aber Abgründe laufen hier nicht runter. So, sehr gut gemacht, Leute. Jetzt seid ihr gerettet. Oh, hey, da habe ich wohl vergessen, die Tür zu. Links. Ich habe es jetzt nicht deswegen verkackt. Dann gehe ich gerne nochmal den ganzen Weg von mir aus auch dafür. Dann wieder hoch und runter und so. So. Ha, ha, ha. Ah, nein. Was ist das denn? Och, nö. Mach doch keinen Kack mit mir, Alter. Was soll das denn? Das ist doch ein Scherz. Nee. Du bist doch so kacke, Alter. Ich hasse dich. Ich hasse dich so dermaßen. Und ich habe jetzt einen großen blauen Kopf. Komm her. Hier geht's ihm. Mach doch. Komm her. Ich weiß, wie ich das jetzt vor die Tür öffnen muss. Mach sie Platz. So. Ich glaube, der denkt immer irgendwie, dass ich der Ape bin, wenn ich sterbe und wiederkomme. Aber, äh. Und deswegen nimmt er irgendwie die Farben vom Ape so ein bisschen an. Der hat ja auch schon einen Slick, der irgendwie total grün leuchtend war. So, wunderbar. Gut. Ja, hallo, hallo. Yo, yo. Mecham. Okay. Hey, hey, hey. Bella. 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 Stopp. Bevor ich den Vogelkreis verscheuche. Ich habe jetzt irgendwie eine Phobie vor, verscheuchten Vogelkreisen, weil ich das gerade irgendwie total verraffte. Nee, das ist doch so eine Kacke. Nee, 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 nee. Und das verwahrt uns noch zwei Zulacks. Zulacks. Ich wollte am Ende eigentlich keine 70 Videos haben. Und wie weit habe ich den ja jetzt schon alle runtergeholt? Ja, ganz bitte. Von ganz oben muss ich auch noch runterholen. So ein Scheiß. Sehr gut, ihr seid mutig. Komm schon. Okay. Okay. So, die Tür ist geöffnet. Tür. Ja. Jo. Jo. Okay, okay, okay.